Ah, läuft! Okay, hallo liebe Leute, es geht wieder los. Heute Abend Torwand schießen. Wir haben uns Verstärkung geholt, prominente Verstärkung. Zum einen eine absolute Hamburger Fußball-Legende. André Troller-Trulsen, ich weiß nicht wie viele Milliarden Spiele für St. Pauli gemacht, jede Menge. Der wird auf jeden Fall das Ding mal reinknallen und für euch Eistee generieren. Kommentieren wird das unsere Stimme aus Hamburg bei Sky, Michael Born. Wenn wir ihn nachher noch als Joker, wenn gar nichts geht, gewinnen können, sind wir auch sehr froh. Aber als drittes können wir euch unseren ersten Neuzugang für die neue Saison präsentieren. Tom Burmeister aus der U19 von Eintracht-Norderstedt verstärkt uns beim Torwandschießen. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen einfach mal los. Ich fange an, lege einen vor und Bonny sagt uns, für wen geschossen wird, nachdem er sich vorgestellt hat. Moin Leute, das hat Richard natürlich vergessen, uns auch mal vorzustellen. Ich bin nicht so wichtig wie der Mann hier, du musst ja einmal rüberschwenken. Hallo zusammen. André Troelsen, Hamburger Fußball-Legende, Deutschlands Fußball-Legende, Richard Golds. Wir haben hier ein Problem, Leute. Wir haben zwei Innenverteidiger und einen Torwart. Ich weiß nicht so genau, wer treffen soll. Wir versuchen das mal mit Richard Golds als erstes. Soll ich loslegen? Er hat auch am meisten geübt, ehrlich gesagt. Okay. Und Richard wird jetzt schießen. Wir gehen das numerisch durch für Uta Werner. Okay. Uta Werner, jetzt bitte Daumen drücken. Da ist übrigens Frau Kierse. Frau Kierse. Das ist Frau Kierse. Wollt ihr Bälle. Also. Uta Werner. Uta Werner, gib alles, Bitschi. Okay. Das hat schon mal nicht geklappt. So, Trudor. So ein bisschen Tempo. André Troelsen schießt für Oliver Kosmala. Oliver? Mein Schwager. Ach, guck mal. Oh, da ist er doch. Da ist er doch. Okay, nix. So, jetzt wollen wir mal sehen, was die Jugend kann. Wo du willst. Tom für Daniel Gruppe. Nummer vier ist Martin Michaelis. Oben. Mal oben. Okay. Also Martin, das ist für dich hier das Ding. Da brauche ich mich nicht zu schämen nachher. Okay. Trudor für Ragnar Törber mit der Startnummer fünf. Gib alles, Trudor. Komm. Ey, gewalt ist keine Lösung. So, Maria Acarizio. Ich hoffe, das spreche einigermaßen richtig aus. Der angehende Profi. Ja, voll. Guck mal. Guck mal. Schönes Ding. Malte Gütschow. Malte. Malte Gütschow. Schöne Grüße. Oh, hat Ritschi schon getroffen eigentlich? Fynn Oesertz geht mit der Startnummer acht einbrennen. Oh, knapp. Christian Klan. Mach unten. Das ist einfacher. Ja, aber oben getroffen. Okay. Ja, gut. Okay, ich habe nichts gesagt. Fynn Oesertz. Gut, meine Ecke. Christian Klan. Christian Klan. Jetzt kommt Uta Werner wieder. Zum zweiten Mal. So richtig viel Mühe. Ja. Der war eigentlich noch besser. Cool. Der hat doch schon reingeschaut. Nicole Overbeck ist dran. Ah, der ist nicht gut. Und dann kommt Gunnar Törber. Gunnar. Also wir haben drei Treffer bis jetzt, Leute. Quote ist noch nicht so gut. Ragnar Törber mit der 13. Das sollte was werden. Das sollte was werden. Ja, wusste ich. Wusste ich. Perfekt. Mit der Innenseite hinein. Maria Aparizio. Drei Dinger jetzt schon. Den haben wir da drauf. Den. Kann man sich auch schon groß sagen. Okay. Wir haben so viel die feigste Position eigentlich. So, René Scherf. Jawohl. Mit ein bisschen Glück. Aber drin ist drin. Warte mal Kurt. Claudia Junge. Letuvuri. Ich hoffe, einigermaßen richtig ausgesprochen. Jawohl. Du bist auch, oder? Sehr schön. Und Frau Kieser. Ich bin nicht getroffen. Hauke Lohöfer. Hauke Lohöfer. Nummer 17. René, nicht Heiko Westermann. Oh! Dann sind wir bei der 19. Dennis Jacobey. So ist geschrieben. Jawohl. Ulla hat die beste Quote. In der Eistee. So, schon wieder Uta Werner. Das ist, glaube ich, der dritte jetzt in der dritte. Ja, die wird unser Hauptsponsor, glaube ich. Ja. Kann ich? Ja. Nein. Nein, der steht jetzt auch noch rein in der Nähe. So, Wolfgang Kosmala kommt dran jetzt. Ich stehe manchmal nicht da. Ich muss Kaffe. Nein. Nummer 22. Daniel Gruppe. Ulla nimmt Mark. Und? Nein. Ja, ist doch. Der Wind ist echt. So, Maria Aparizio. Mit der Chance auf den Headseep. Ich kriege kistenweise. Kistenweise. René Scheer. Auf. Produzieren die schon so viel? Das wird das Problem. Jan-Henrik Luft. Oh, jetzt sind sie drin. Jetzt sind sie drin. Mit Gewalt. Jetzt sind sie drin. Komm, tut du. Ragnar Törbe hat noch nichts. Komm, der muss mal rein jetzt. Jawohl. So, wir haben jetzt noch einen Joker. Unseren Torwarttrainer Tutto. Okay. Italienische Schule. Da bin ich mal gespannt. Vom Elfmeterpunkt. Ja, aber wo? Für Uta Adana. Egal. Gute aus. Uta. Du schießt wahrscheinlich bei Vorg. Wir wünschen dir alles Gute. Und hoffen, dass es klappt, Uta. Das war nicht so einfach, ne? Wie es aussieht. Frister. René Westermann. Rw7. Ja. Nummer 29 sind wir schon. Umgeschüttel. Mit dir an klar. Da wolltest du auch selbst dann machen, oder? Frister. Wenn ich dich ersetzen wolle, mach Bescheid. Uta Werner. Ich mach gleich mal zwei. Wenn du mal schießen willst. Ja, ich schieb dann mal. Oh, das ist ja mal schon gut, ne? Das ist schon gut. So, Birgit Cosmala. Birgit. Hier schießt Birgit. Okay. Maria Aparicio schon wieder. Wenn die jetzt noch ein hat, dann schiebt hier. Ich krieg's wieder fast dann. So, was haben wir jetzt? 33. Drackner Törber ist dran. Drackner Törber. Und René Scheer. Ich freu mich schon jetzt wieder auf die Schussteine. Und wieder 120 Kaba. Ah, der ist. Hey, Dani. Komm. Sehen. Ach, du auch mal. So, Claudia ist wieder dran. Claudia, Junge. Soda, was ist? Ich glaube es. Ehrlich. So, wer schießt denn hier? Können wir das mal bitte kurz auflösen? Na ja, jetzt kommt Danny Sahin. Der Knipser aus alten Zeiten. Für heute dafür. Auge Lohöfer. Auge Lohöfer. Rathaus 2. FC Freiburg. Ja, natürlich. Ja. Und du hast ihn so gut gestochen, dass er nicht gepostet hat. Ja. Also eigentlich war er gut. So, wen haben wir? Rackner Törber mal wieder. Nummer 830. Oh, für Rackner? Ja. Ja. Wer ist dran? Ähm. Christian Klan. Oh, ja komm. Christian Klan. Christian Klan. Und jetzt gut. Jawohl. Jawohl. Der Gäste aus dem zweiten Zettel. Sehr schön. So, Uta Werner möchte nochmal ein Pisschen. Oh, da brauchen wir Videobeweis. Da brauchen wir Videobeweis für. Nee, es geht. Es geht. Lennart Gold. Wer mag das denn sein? Wer mag das denn sein? Leist dich zusammen hier. Ui. Hat extra gemacht. So, was haben wir jetzt? Kackner Törber. Erstaunlicherweise. Lappenschie. 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 So, René Scheer. Und mit reinfüßen. Ich glaube, du musst heute Abend noch mal eine Schicht produzieren. Ja. Dennis Jakobi. Oh, sehr stark. Sehr stark. Sehr stark. Es fehlt doppelt bei der Geschwindigkeit. Ohne Berührung. Für Christina. Christina Kierse möchte diesen. So, Jan Hendrik Luft Nummer 46. Das ist ein guter Tempo. Gute Tempo. Können wir gleich mal eine Wärme? Tschüss. 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 Super. Sehr schön. Und Danny Schein wieder. Alina Krause. Komm, gib alles. Mit den Schuhen geht gar nichts. Genau so nämlich. Das habe ich auch gemacht, du hin. Aber Ritschi hat leider den Gegenbeweis angepreden. Wieso? Ja, mit den Schuhen ist aber echt so eine dicke Sohle. Für Alina Krause. War Alina Krause? Ja. Okay. Ich bin durch die zwei. So ein Drucker gehabt. Racken als Hörbach. Hier ist der Beine schrägst du. Komm, Tutu. War noch mal was hier. So, Stefan Grube. Vorgerand. So, Unterwärmer wartet auf Getränke. Komm. Jawohl. Bestätigung, Bestätigung. Materialerlüdung. Und komm, in der nächste. Ja. Für Wilfried Habeck geht es jetzt auch um, was war das? Ein Sixpack, ne? Ein Sixpack. Ja, ein Sixpack. Kein 5 Liter Fass, ein Sixpack. Aufsinn. Wow. Sehr, sehr gut. Ich glaube, Racken-Törber ist nicht gut bedient bis jetzt. Ich glaube, da müsst ihr jetzt mal einen reinschießen, bitte. Ja, der ist hofft. Na, bitte mal einen reinschießen. Ja, sehr gut. Wir sind ja leichter warm. Bestätig, bestätig, bestätig. Ein Vertrag für dich. Komm, einmal will ich auch noch machen. Ja, komm. Ah, ja, ich bin da. Mann ist gebrochen. Auf 5 am Stück jetzt. Jetzt ist der Druck ziemlich hoch. Okay, der Meier ist nicht. Ja. Auch für wen war das? Der war für Ragnar. Der hat 3 Jahre. Jetzt kommt Uta Werner. Nummer 56. Klaus Pedersen-Kanese, würde ich sagen. Kaniser, Pedersen-Kaniser. Aber da ist ein 3. Okay. Der weiß, der gemeint ist. Spann sogar. Der wird es schön hoch. Der wird es schön schaffen. So, komm, Kollege. Bist du dran. Eine Nummer. Welche Nummer? 55. 55. Uta Werner ist jetzt dran. Oh, meine Schadehuber. Okay, also die Redung stimmt, oder? Ihr seht, er weiß nicht nur, wovon er redet, wenn er im Fernsehen ist, sondern er kann es auch noch. Im Gegensatz zu vielen anderen Experten. Christina, Christina Kirse. Drückt die Daumen. Druck auf die... Jawoll. Im Verteidiger, der Tore macht, der nervenstark ist. Dennis Jakobi. Ich glaube, wir verkaufen dich. Komm, für Dennis jetzt. Komm. Komm, für Dennis. Komm, für Dennis. Du meinst nicht. Hast du ja vorgelesen, wie das war? Ja. Okay. Wer kommt jetzt? Möchte ich bitte in Slowmotion haben, dass der, ne? Sechs Minuten noch. Wankdorf-Stadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball. Abgewehrt. Aus dem Hintergrund mit Speran schießen. Speran schießt. Tor! 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 stor! So, die letzten sechs. Uta ist noch mal dran jetzt. So, du noch mal für Maria Aparicio. Michael Martinez oder Martinez, das weiß man nicht. Mit links auch noch was zeigen. Ja, mit links bitte. Für Lukas Seifert mit links. Doppelt. Mit links doppelt. Ja. Oh, der wird sein Winkel. Scherzi-Schreck-Schwulsen. Ach du Schreck. Und ich alle schießen, oder? Nee, nee, nee. Das mach ich jetzt. Damit du für den nächsten Muttertag kommst. Eistee für uns. Eistee für uns. So, und last but not least, Hannes Weldele. Das Weldele. Ich glaube, der ist noch mal drin. Ja, Hannes auch für uns. Das war's. Das war's. Super, Leute. Vielen, vielen Dank. Euch auch. Vielen Dank. Toller, vielen Dank, Vorni. Vielen Dank, Tom. Ihr habt gesehen, ne? Unsere Neuverpflichtung. Der kann nicht nur verteidigen, sondern auch Tore schießen. Schade, dass wir jetzt nicht sofort anfangen können zu spielen. Aber, kommt schon noch irgendwann. Also, macht's gut. Vielen Dank allen. Schönen Abend. Bleibt gesund. Und bis die Tage. D Sin D D Vielen Dank.